Soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöht werden? Die gesetzliche Pensionsantrittsalter für Männer liegt bei 65 Jahren. Frauen können je nach Geburtsalter zwischen 16 und 65 Jahren in Pensions gehen. Seit Jänner 2021 ist das gesetzliche Pensionsantrittsalter von Frauen schrittweise auf 65 Jahre angehoben. Hey du, ja genau du, du das Video scherst gerade. Du interessierst dich scheinbar für Politik, für ein paar Fragen? Dann gib bitte wählen. Am 29. September sind nämlich die Nationalratswahlen in Österreich und deine Stimme zählt. Denn wir wollen keine rassistischen und ausgrenzenden Parteien hier an der Regierung haben, sondern wir wollen ein sozial gerechtes Österreich für alle Menschen haben. Und dementsprechend bitte gewählen, gib deine Stimme ab und wähl nicht diese menschenfeindlichen Parteien. Das kannst du machen, indem du einfach in dein Wahllokal gehst oder bis zum 25. September, je nachdem wann du das Video siehst, noch eine Wahlkarte beantragst. Das geht ganz einfach online mit der digitalen Amt-App oder auch per Postweg. Und dann kannst du diese Wahlkarte einfach in einen Postkasten einwerfen und du hast gewählt, deine Stimme zählt. Und genau das gleiche solltest du auch Leuten in deinem Umfeld erzählen. Freunden, Familien, klär die auf, schick denen vielleicht das Video, wenn es ein Thema ist, was heiß diskutiert wird. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Beantwortung dieser Frage. Was sagt ihr? Letzte Frage. Schaut, wir haben ein großes Problem. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin ab Januar 2025 exakte 10 Jahre lang selbstständig. Ich habe von diesen 10 Jahren, 7 Jahre lang die Maximalbemessungsgrundlage von der Sozialversicherung, die gesetzlich verpflichtigt ist für Selbstständige in Österreich gezahlt. In Summe sind das in etwa 220.000 Euro Sozialversicherung, die ich in den letzten 10 Jahren gezahlt habe. 220.000 Euro Sozialversicherung, die ich gezahlt habe. Darunter fällt halt jegliche Krankenversicherung für mich. Darunter fällt alles andere an Sozialdienstleistungen, Rezeptgebühren und so weiter. Sachen, die man nicht wirklich unbedingt braucht. Ich habe aber auch einen Teil davon in die Pensionskasse eingezahlt. Ja, weil natürlich zahlt man auch einen Teil dieser Beiträge in die Pensionsversicherung rein. Was denkt ihr, wie viel Geld würde mir für den Rest meines Lebens jetzt zur Verfügung stellen, nach 10 Jahren Selbstständigkeit, wovon ich 7 Jahre die maximale Summe in meine Pensionsvorsorge eingezahlt habe, die ich gesetzlich einzahlen kann. Und eben wie gesagt, der Gesamtbetrag, den ich für meine Sozialversicherung gezahlt habe, sind 220.000 Euro über die letzten 10 Jahre. Was glaubt ihr, wie viel Geld liegt jetzt auf meinem Pensionskonto, was ich, wenn ich jetzt in Pension gehen würde, in monatlichen Raten bezahlen bekommen würde? Das gesamte Geld, was da jetzt draufliegt. Nicht, wie viel ich im Monat bekommen würde, sondern das gesamte Geld, was da jetzt draufliegt. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt, was ist jetzt da, 65, ne? Mit 65 Jahren kann ich in Pension gehen und das Geld, was dann auf dem Konto draufliegt, wenn ich mit 65 in Pension gehe, das muss dann reichen für die nächsten, ich glaube 30 Jahre werden gerechnet, ne? Ich glaube, es ist immer 30 Jahre und dann wird es halt in Raten ausgezahlt. Wenn man dann noch lebt natürlich, ja? 30 bis 50K, 60K, 30K, 30K, 80K. Wieso würde es euch schockieren, wenn ich sage, es sind unter 10.000 Euro? Es sind in der Tat 9.400 Euro. Und versteht ihr, was das Problem dabei ist? Ich verstehe, warum es so wenig ist. Es ist so wenig, weil ich ja mit dem ganzen Geld, was ich einzahle, von diesen 220.000 Euro, jetzt gerade einzahle für die Leute, die jetzt in Pension gehen, richtig? Damit die die angemessene Pension bekommen. Und das ist ja nur das, was mir selber zusteht. Wenn ich jetzt hochrechne, ich bin jetzt 27 Jahre alt, ich habe jetzt eben, wir gehen von 10 Jahren aus, wenn wir es einfach hochrechnen, sagen wir, ich habe jetzt keinen einzigen Krankheitsfall, keine Arbeitsunfähigkeit, hatte ich ja dieses Jahr sogar schon mit meiner Schulteroperation, keinen Burnout, nichts und ich werde jetzt, bis ich 65 bin, durcharbeiten. Dann sind das weitere 38 Jahre, okay? Runden wir großzügig auf auf 40. Das heißt, ich habe dann 50 Jahre und 9.400 Euro. Äh, sorry, 5 muss es sein, nicht 50. Weil ich habe es ja in Jahrzehnten gerechnet, also 5 mal 9.400 Euro. Und wenn ich in Pension gehe, ist das dann das Geld, was ich für die nächsten 30 Jahre in Raten jeden Monat ausgezahlt bekomme. Ja, das ist das, was ich pro Jahr bekommen würde, lieben wir. Ich meine, ich bin selbstständig, ich verdiene dumm viel Geld, es ist unfair, wie viel Geld ich verdiene teilweise. Ich versichere mich ja selber mit Aktien als Selbstständiger, also ich kaufe ja Aktien und andere Anlagen, ist ja klar, aber es ist trotzdem crazy. Und ich denke mir halt, wenn wir mit einer Inflationsrate noch rechnen, wie soll das funktionieren? Und noch dazu haben wir den stärksten Rückgang in Geburtenraten und die Bevölkerung wird immer älter. Meine Einschätzung für dieses Pensionssystem ist halt, dass unsere Generation, wenn sich nicht drastisch was ändert an der kompletten Welt, überhaupt nicht in Pension gehen wird. Und wenn wir es können, dann mit 85. Und ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, weil die Leute werden immer älter. Soll es erhöht werden oder nicht? Und wisst ihr, was das nächste Problem ist? Die Generation, die jetzt aufwächst, hat wahrscheinlich das veralteste, das am schlechtesten ausgerichtete Bildungssystem auf die aktuelle Weltlage. Die Leute in der Schule haben jetzt das schlechteste Bildungssystem für die Situation, in der sich die Welt gerade befindet. Weil alles sich extrem schnell entwickelt, alles extrem schnell technologisiert wird, globalisiert wird und du lernst in der Schule fast nichts darüber, wie du mit solchen Sachen umgehst. Und eigentlich sind die Kinder jetzt die Generation, die irgendwie schlau genug und am besten damit umgehen müsste, wie sie es schaffen, den Scheiß hier zu fixen. Sozialstaat sollte sich mal mehr von Unternehmen und Vermögen finanzieren, statt von den Bürgern. Bingo! Und weißt du, was ein Problem dabei ist? Die Mehrheit der Parteien möchte die Lohnnebenkosten senken, womit genau das Gegenteil passiert, wie wir vorher gelernt haben. Ich bin schwer depressiv nach diesen 25 Fragen. Was soll ich dazu noch sagen? Sozialstaat wird abgebaut in den Lohnnebenkosten. Das ist wirklich irre. Beim letzten gebe ich keine Angabe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und wir schauen uns das Ergebnis an jetzt. Und letzte Frage, soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöhen werden? Da habe ich keine Angabe gemacht. Da will ich mir jetzt wirklich die Bedingungen durchlesen, was ich sagen. Schauen wir mal. So. Also. Soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöht werden? ÖVP. Als Volkspartei achten wir die Erhöhung eines gesetzlichen Pensionsantrittsalters als nicht zielführend. Vielmehr sprechen wir uns für eine Anführung des faktischen Pensionsantrittsalters als gesetzliche aus. Und wie soll das gehen? Die SPÖ lehrt eine Anhebung strikt ab. Entscheidend ist, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, bis zum regulären Pensionsstichtag gesund in Beschäftigung zu bleiben. Die SPÖ will das tatsächliche an das gesetzliche Pensionsalter heranführen. Er hat jedoch altersgerechte Arbeitsbedingungen. Okay, das ist schon mal ein Vorschlag. Wenn man Pensionen dazu veranlassen möchte, über das gesetzliche Pensionsantritt hinaus zu arbeiten, dann sollte das abgabenrechtlich entlastet werden. Das ist die erste halbwegs vernünftige Antwort von der FPÖ. Das Wichtigste ist, und dafür tun wir Grüne auch viel, dass das Faktische an das gesetzliche Pensionsantrittsalters kann in vielen Branchen und Berufen die Gesundheit der Arbeitnehmerin belasten. Ja, deswegen habe ich es auch mit, keine Angabe beantwortet. Unser teures Pensionssystem ist nicht enkelfit und braucht mutigere Formen für Generationengerechtigkeit. Mit der Flexi-Pension wählt jeder den Pensionsrat selbst. Beiträge in Erwerbsleben werden auf die restliche Lebenserwartung aufgeteilt, um Sicherheit im Alter zu gewährleisten. Das waren die Neos jetzt, gell? Ja, keine Ahnung. Ich habe mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, der Vorschlag. Unser Pensionssystem droht auf Dauer zu kippen, Geld und der Staat jährlich zu den Pensionen zuschließt, fehlt zunehmend anderswo. Es braucht eine umfassende Reform, eventuell auch mit einer Anhebung des Antrittsalters, um Pensionen für nachkommende Generationen zu sichern und die Altersarmut zu bekämpfen. Ja, das macht auch Sinn, aber keine Lösungsansätze. Ganz sicher nicht, weil wir uns erarbeitet haben. Viel wichtiger wäre ein stufenweise Übergang mit sinkender Arbeitszeit in die Pension, damit nichts von einem Tag auf den anderen ein großer Teil vom Leben wegbricht und weil auch noch viel Erfahrung an die Jüngeren weitergegeben werden kann. Die Arbeitszentenzität ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Das bedeutet, dass trotz allem die Arbeitsbelastung pro Stunde vielfach steigt und nicht sinkt. Deshalb ist für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben eine längere Arbeitszeit nicht zumutbar und auch nicht notwendig. Nein, jedoch soll es einen Anteil für Weiterarbeiten geben. Ja, das macht schon Sinn. Ja, keine Ahnung, also die Frage ist auch am schwierigsten zu beantworten, aber das wird auch erst wirklich Thema und wenn es halt dann krachen geht.